Seid doch froh, Alter, sonst gehst du wieder, wenn ich morgen wieder komme, dann krieg ich wieder so'n Spruch von Otti Du bist auch von Wiener da! Natürlich! Füsse? Habt ihr gesehen, woher die kamen? Nee. Ach, ist hier ein Füsse? Von oben. Ah, von oben, also vom Gott. Jetzt kommt der Held persönlich, ich hab Gott-Mode. Und ihr seid meine Kegel. Hä? Alter, was ist das denn schon wieder? Ich liebe die Sound-Effekt. Guck mal, guck mal oben in den Chat. Die dure Sonne scheint, Klaus Dias. Auto. Lilanes Auto. Nee, lila, lila, lila. Darf man nicht auf die schießen? Wenn du verlieren möchtest, nicht, nee. Sam Armstrong ist 17 geworden, Digga. Die laufen mir hinterher. Aber du bist von Felix, sag, du bist von Felix, Digga. Die wollen nur sprayen. Ja, können sie ja wollen. Ja, mir egal. Damit hab ich kein Problem. Ah, Gabi! Jo, Gabi, was geht? Ach, Gabi, sind laut, äh, sind... Kennst du nicht Gabi von der Grove? Oh mein Gott. Ey, das sind Go-Karts. Gabi! Alz-Alz-Alz-Alz-Alz-Alz-Alz-Alz-Alz-Alz-Alz. Das ist Salz-Alz-Alz-Alz. Oh nein! Oh nein! TROPTOR! Ich kann nicht mehr schießen! Ich kann nicht mehr schießen! Ich kann nicht schießen! Digga, Gabi, was geht hier ab? Oh, hab ich hier geschossen? Digga, warum fahren die mich um? Nee, ich bin hier mit Familie weiße. Jungs, dein Jungs schießt auf uns, Felix. Ja. Leute, warum schießt ihr auf uns? Äh, Leute... Ey, Leute, warum schießt ihr auf uns? Und auf mich? Digga, ich schießt auf meine Familie wieder! Meine Presse, Alter! Ey, Carlos, Carlos! Alter! Das sind meine Familie wieder! Ja, nimm dir die Knarre, Bastard! Digga, Leute! Digga, Leute, warum schießt ihr auf meine Familie wieder und auf mich? Digga! Hallo? Ja, ne, ich schießt auf gar keinen, warum schießt ihr auf mich? Ja und? Hallo? Ja... Ja, hauptsache die... Ey, die Alter hat grad die Knarre gelootet. Wie bitte? Welche Gang? Ich bin keine Gang. Ne, alles gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Meinst du Grove oder was? Ich hab Funk aus. Ich hab Funk aus. Digga, ich bin abgemeldet. Ich hab Funk aus. Ich hab Funk aus. Was soll ich wissen, was die machen? Was ist das für ein Atmen, Digga? Ja... Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Ist mir doch egal, sollen die doch machen. Ja, holen die mich auch mal hoch? Nee, ne? Irgendwoher ist mir das klar. Was hast du? Warte, ich hol... Sorry, ich hol... Ich hol ein Dings med mit. Ich... Digga, ich bin nicht OC med, Digga. Du musst abnehmen, oder? Bist du abnehmen? Na, Gott sei Dank, Bruder. Ich bin doch nicht OC med, Digga. Was ist denn mit dir? Alter, dieser Spruch immer OC med. Weil der jeden Tag vorbeikommt, Digga. Ist mein Charakter med, nicht ich? Bruder, ich feiere ihn. Alter, der soll seinen Kaule halten. Ich liebe seine Videos, Digga. Alter, der soll seinen Kaule halten. Ich bin nicht OC med. Was ist denn mit dir, Junge? Ja, das ist der Spruch von Salzgoard. Ja, ja. Ja, okay. Goard nehme ich gerne. Ey, ich bin's Go-Kart. Felix? Ey, schönes Go-Kart. Die Ishi hat übrigens seine Knarre, ne? Oh, haben sie auch noch eins? Servus. Ja, ja, servus. Ich hab jetzt auch einen Go-Kart, Leute. Ich bin unterwegs. Wo ist denn der gerade? Wo ist denn der gerade? Aber ist schüß denn, Bruder? Wer ist denn der Chris? Das ist ein altes. Okay, rotes Parkhaus, Jungs. Wir fahren auch gerade Go-Karts. Auf Android, alle. Ab dem Fick! Leute, kommt! Boah, wie schön die Finger sind. Komm mit, komm mit, wir gehen hin. Alter, ich hauere dich mal. Rot ist, rotes Parkhaus. Ganz ruhig. Ey, Leute, ich kann mich umschäuern. Ich kann mich auch fahren. Ebi, komm, Alter! Du Winkler! Ich liebe das so hart, ne? Ich liebe das so hart. Hä? Da war doch ein Atmen, der weckt da. Ja, logisch war das ein Atmen, Digga. Aber was das für ein Atmen, Digga. Bist du ultimate, bist du ultimate. Ja, das ist der Spruch von Sight Squad. Ey, warte mal, wir sollen da rumfahren. Aber können wir nicht umgeschossen werden? Im Ghetto? Hä, das ist doch hier vorne, hier. Na, hier sind die doch. Das ist am Meeting Point. Na, die sind doch hier, die sind doch. Die fahren doch gerade vorbei hier. Hä, wo? Das ist am Meeting Point. Alter, wie schnell? 130 fahr ich schon damit. Setz mal einen Point. Hab euch verloren. Wo ist denn der jetzt? Ach, da vorne, Tübingerage, kommt. Einfach so witzig, Ding. Er ist Autohaus, Jungs, er ist Autohaus. Oh, Andreas. Boah, Digga, die Karre ist so schnell. Ja. Bleib schwarz, Max. Nein! Ich liebe dich, Digga, das ist doch... Oh, ich muss erst mal wieder... Wo seid ihr, wo seid ihr? Wo ist denn das? Wo seid ihr? Ich muss erst mal Häuser ausschalten bei mir wieder. Ich sehe, ich sehe, soll ich mal rein rasen? Die, 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 die... Bitch, Prime ist kostenlos. Mal anfangen, bis... Ja, genau, Andrew, mach mal ein Meeting Point, bitte. Da war einer gerade. Ich fülle mich immer ins Gesicht. Na, fang da her. So muss das. Ab ins Gesicht damit. Jetzt. Ich bewerf dich mit Backsteine. Ich, ich, ich... Leute, ich nehm irgendwie ne Ampel mit. Wir haben noch nicht mit Someone . Ja, Scheiß auf die... Ja, scheiß auf die. Ja, scheiß auf die, Digga. Scheiß auf die. auf zogen pd wie er es wieder gesagt hat hör auf mir ins gesicht zu filmen alle parkplatziger nein alle rein da ich filme jeden ins gesicht fahrt rein da aber da rein jetzt es sind viel zu viele der klären alle können wir bitten sind wir hier und hier ist das schon dran vorbeigehen Was the fuck, Alter? Was ist denn? Ach so, ich bin beim Freitzen. Hahaha Du Scheiße, Alter. Schmierl. Oha, ich fliege. Raus jetzt, aussteigen jetzt, es reicht. Guck mal. Sie behindern mich. Schmieröl. Bwa, Mann. Schöne halt, jetzt wieder ran, nach. H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Helm sie nicht ins Gesicht. H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Sie haben Backsteine! Das war also mein Spaß, ich hab Gangplash. Sie bewerfen mich mit Backsteine. Sie filmen mir ins Gesicht! Was? Ich will nicht wissen, wer auf... was für ein Video das wird, Alter. Ja, Alter. Und ich hab Gameplay. Musiker. Alter, ich fall mir ins Gesicht. Sie bewerfen uns mit Backsteinen. Sie bewerfen uns mit Backsteinen. Wo ist denn der Zeit Squad? Er hat einen 3000er ID, wa? War das nicht so? Oder was hat der? Jetzt seid ihr eh ne Truppe, oder? Habt ihr euch jetzt lieb, ja? Oh mein Gott, uiuiuiui! Boah, ich... Boah, Digger, wie geil das aussieht, ne? Ey, so'n Gura zuhaaren wär auch schon geil, oder? Geht aber nicht, Digger, darf man nicht. Schade. Ja, da hab ich ja richtig Spaß gerade dran, ne? Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Einfach mal, einfach mal alle Regeln gerade fallen zu lassen und einfach mal alles machen, was man will. Junge, einfach Kops, wir haben den hochgehoben, sein Auto. What? Du hast ihm geholfen. Ey, ich komm da nicht hoch, Digger. Ich auch nicht. Ah doch, Digger. Du musst langkommen da hochfahren. Ich hebe jeden damit hoch, Digger. Alter, was ist denn mit dem? Digger, ich komm da nicht hoch, Digger. Oh mein, alle Boxen... Hau die hin! Hau die hin. Aua! Aua, 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 das ist zu viel Damage, oder? Ey, das geht ihm nicht raus! Oh mein Kopf, mein Kopf! Twitch Prime ist kostenlos! Alle auf Twitch abonnieren! Ey! Das sich das mit Heben gefügt, Alter! Ja, ne? Ja, ich gebe auf! Nein, nein! Okay! Nein! 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 Ich bin überlegt auch schon, ne? Ey, das ist Michi! Hallo! Hallo! Juni, Juni, Juni! Juni, Juni, Juni! Nico, mit dem Herrn der Quad zurück! Nico, auf! Was ist eigentlich gegen Endro? Hinter mir! Oh! Oh! Ey, willst du was wieder haben zu dir? Schmieröl Ich habe keinen Tank mehr! Was? Schreib mal Admin! Schreib mal Admin! Ja, ich habe keinen Quad mehr! Ja! Die Quatschen alle! Ja, weil irgendwelche Dudis hier nachher gefahren sind, die auch eingestiegen sind, Hottie! Wow! Frage, ob du neues kriegst! Ich weiß noch, ich habe noch meins! Ich bin ja rausgeflogen, ich Spawner war am letzten Punkt durch, ich glaube, da war und dann habe ich meins! Der Schrei hat immer wieder gepackt wie du Wichser! Die unsgehauen hier die Quatsch! Jaja, bei den Boucher! Ja, sind viele! Ein paar Bohrlecht! Leorenzo, du kleiner Sch... heads! Boah, da sieht doch krass aus, ne! Ich höre da auch so ein Video, Digga. da komme ich nicht mehr hin ich schreibe ich muss tanken, ey, ich brauche tanken, ey, ich schreibe moin Neki tanken ja, da fahren wir doch gerade hin, wir wollen ja alle tanken ich habe nur 900$, ey, ey, ja, und dann tank halt normal wir hoffen mal wir wollen das tanken wir wollen das Geld holen, Digga weißt du, wie das da oben jetzt gleich scheppern wird, Alter? hier ist doch mein Go-Kart, haha, sehen Sie doch oh nein ich kann es nicht, ich kann es nicht mehr benutzen das ist aber schade hä, Digga, wie muss ich jetzt in Englisch schreiben, dass mein Go-Kart nicht mehr geht? mal ne ungewöhnliche Frage, Leute, gibt es einen Hack für World AP für Geld? was ist? ob es ein Hack oder ein Cheat gibt für Gold AP für Geld? was? definitiv definitiv nein, ehrlich jetzt dann Digga, was hier reincheaten, oder was? nein, nein, das ist nur eine Frage, Bruder ich bin kein Cheater ey, wo soll ich ein Englisch schreiben, dass mein Go-Kart nicht mehr ist? oh, Jungs, fährt weiter, fährt weiter Digga, gut wo seid ihr jetzt? hier ist was drückt, so wo fahrt ihr hin? keine Ahnung, Tennis war so um Richtung Casilo, ne? ich weiß es vorher, Digga nee, Trialanwesen äh, wo war denn das da auch da oben? die Dinger driften aber über rein, ne? ja voll geil dann feier ich ja gerade anders, 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 anders hart das kannst du auch nur hier machen, Digga eben waren die noch Quatsch, jetzt sind die weg aber sagt der auch gerade, dass man es nur hier machen kann die wenigsten online um diese Uhrzeit Digga 0 Uhr ist mir in 7 Monaten irgendwas, das ist einfach halb an, man ein Taxifahrer, wir armen so weit hinterher, Digga beim Fragen, wenn wir gerade wo die sind? nach oben beim See warum kann ich mal nicht, wo kann ich mehr fahren? ich hab mal abgenommen ja, wie denn, wo? M-Muskel? ja, darf ich das? ja, natürlich, Digga ist doch OOC gerade dann sind sie ein Event, natürlich darfst du da anschreiben ja, ich finde den nie wieder, ne? sobald ihr ihr euch weg ist OOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH so, ey, was war das jetzt? Ist Pete noch da? Ja. Dann soll Pete doch sagen, wo ist? Aber Danis weiß ich nicht, Digga. Doch, der ist gerade an mir vorbeigefahren. Ich bin irgendwo in Weinwood. Ja, ich auch. Ja, da sind wir alle. Meine Fresse, du Mistgeburt. Ja, guck, Joker ist auch gerade an mir vorbeigefahren. Pete ist vor mir. Ja, ich hab... Da kam Engel zu mir, äh, gib den mal, Joker. Ibi. Ich hab mich wiedergefunden, hab mich wiedergefunden. Wo seid ihr, wo seid ihr? Ich war da auch nicht. Ich brauch Benzin. Digga. Bitch Prime ist kostenlos, der Herr. Schwierig. Der Herr kann bei Weinwood. Über dieser Bar. Einfach da oben. Oh Gott. Ich muss gleich meinen Atmen anstrengen, weil ich Sprit brauche, ey. Du musst selber zahlen. Du musst selber zahlen. Er sagt, er muss tanken, geht. Hat dann bin ich auch gemacht. Ja, wie soll ich das machen? Außer in den Verschritte fahren. Du kannst schnell fahren und tanken. Ich hab kein Geld mehr, Beidefrotte. Ach, wer hat die Antworten? Genau der Atmen, der bei Sidesquad immer so hilft, wisst ihr? Arif, Rafi. Und die Ram hinten so rein, Digga, dass du nicht mehr fahren kannst wirklich. Sag ich ja immer noch da oben? Ne, fang grad wieder runter. Hab ihn. Äh, bei Weinwood circa sind sie. Sind sie alle. Über. Über dieser Bar. Ganz oben. Mann, dieses Spiel ist so schlecht. Immer noch. Mach ein Meeting, wo du jetzt bist. Mach ein Meeting, Freund. Wie seid ihr? Moin, moin. Ja, wir kommen ihn halt nicht nachher, Digga, weil wo es alle geht nicht wegrammen. Wie ist denn der Seiztyp? Ach, Jungs, Digga. Ich komm mit dir. Ich komm mit dir. Bei ein wenig wie dein Кто heute vorne, ne? Und was soll man machen? Eine Neinhunde, oder was? Ne, ne. Und dann soll ich zu ihm sagen Schmожеö, steig aus oder ich schieße. Ich weiß. Jungs, woher kriegt man so'n Gokas? Äh, schreib admin an und dann kriegst du ihn. Äh, beim Golfplatz, Jürgen, sind sie fast. Wie sehe ich, wo der Golfplatz ist? Ey, nur noch ein Meeting Point, noch ein Meeting Point, ne? Bin glaub ich gleich da mal machen. Nachtiger Leck, ich bin zu weit gefahren, ach so ein Schmutz. Ich komm nicht mehr, ich fahr nach Hause, ne? Geil. Ey, soll ich mal richtig durchbrettern, Andrew? Dann würde ich rüberklicken und die alle. Weil ist ja ein Event, oder? Geil. Jetzt. Soll ich machen? Ja, ja, geh rein da. Ah, wo war dann? Car, Handy, Events. Googlebahn. Car. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo sind denn die Events? Events und dann? Was dann? Wo sind die Events? Der Kalender. Okay, wo war das dann? Vor den Spielern? Mhm. Anni, ach so. Anni, allerdings. Which Prime ist kostenlos? So, wo soll ich jetzt rauf gehen? Schmieröl. Wo soll ich rauf gehen? Wo soll ich rauf gehen? Alter, der Atmen wird nicht hinterher kommen, ne? Schmieröl. Mann, hört mich nicht zu. Schmieröl. 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 Auf geht das mit dem Handy, Digga. Dann auch dieses Ding da, dieses Kalenderzeichen links da. Dann auch von Spielern und da ist ein Event. Ah, Digga. Und wie soll ich da joinen? Hä? Wie gelangst du an diesem Ort? Steht doch da. Schmieröl. Äh, ich komm da nicht drin. Auf den Quad? Ich hab keins. Der ist schon voll, Digga. Ja, ich hab eins. Wow. Ich hab das neun geklaut. Ey, ich sitz grad in Salzkurden. Nein. Nein, Leute. Oh Gott. Ey, Leute, ich saß grad in Salzkurden. Er so, komm, wir fahren uns zusammen. Nein. Leute, ich saß grad in Salzkurden. Digga, ich saß grad in Salzkurden. In einem Quad. Die RAM hier nur, Digga. Manche sind nur hier zum RAM. Ja, ich bin einer davon. Ey, sowas ist cool. Ich hab dich schon mal gefahren. Es gibt drei Stück, drei verschiedene. Alter. Junge, ich bin Profi. Denk immer an Mario Kart, Digga. Der fett sich jeden. Ey. Sorry. Mann. Hör auf. The fuck, Alter. Ach. Ey. Ey, sowas ist aber schon cool, oder? Wenn es sowas immer geben würde. Gott. Ach, Digga, so Autorennen. Mann, Andrew, fahr doch, Alter. Ja. Warum fahren die denn in die verkehrte Richtung, Digga? Was ist denn mit denen? Gott. Meine Güte. Digga, die rammen alle einfach nur. Oh. Ach so, man braucht Speed. Ja, wie soll man Speed kriegen? Den werden alle wegfallen. Ja, ja, das hab ich mir auch gerade getan. Schmieröl. Schmieröl. Hä? War auch noch nicht genug. Mann. Hör doch auf. Dumme Stimme. Das Video interessiert mich danach. Nein. Alter. Die Frage ist auch besser. Es... Es bringt halt nichts, Digga. Hat sie auch den mal schon darüber geschafft? Ja, ich glaub, einer ist schon oben. Mann, Loretzo. Halt deinen Maul, Alter. Ich hab den gar nicht mal berührt. Digga, schaff mir jetzt eine scheiß Reihe zu machen. Hä? Alle sind so dumm, gefühlt alle fahren halt in dich reingeführt. Stehen bleiben am Start, nicht rein rasen. Mann, verpisst euch. Junge, verpisst euch alle. Fahrt mal zurück, Digga. Boah, ich bin gleich nach Hause gelaufen zu mir. Mann. Hä, was? Rück zum Start, Digga. Steht doch da. Ach so. Wir sind zurück. Nee, da steht... Bleiben sie am Start. Und äh... Wir sind zurück? Wir sollen dich rein rasen. Hä? Ja, die machen sich schnell schnell auf. Ja, es kommen die, es kommen die, es kommen die. Sollen wir nicht zurück raus und fahren? Oh, ach so. Ach du Scheiße, Alter. Hä? Hä? Wir haben keine Dicks mehr? Äh... Schön, dass ich jetzt der Einzige bin, der hier ist und so ein Drecks von mir waitet uns. Äh, steht das noch? Ja. Ja. Habe ich nicht... Ja, es wurden mich angezeigt. Äh, hier beginnt wait nicht. Also ich... Wahnsinn. Nein! Hab ich auch gewusstes. Meine Fresse. Ja. So, damit ist unser letztes Solarpanel auch weg, ne? Ja. Ja, Digga, scheiß auf das eine Solarpanel oder die. Oh, f*** den! Ja, nein! Alles deine Schuld, Joka. Gib dich. Digga, die Rammen hier... Was ist das Zeug der jetzt, Junge? Ja, ja, die wurden halt nicht... Ey, kann mir mal irgendwann hier... Lauf, Rammen! Das war wahrscheinlich so die Familie, die äh... Ich fahr zumindest gucken, ob die das sind. Das würde mich nämlich jetzt interessieren. Ich komm auch gleich dazu. Hab auch noch Waffen in der Tasche. Mann, warum randeln die mit Absicht, Junge? Pisst euch, Jessen. Ja, man hört dich. Fahrt mal alle lang, dass sie da sind. Darf ich die eigentlich überfahren? Also, wie du's geschafft hast? Hoch. Ich komm noch zurück, Alter. Aber hör dich, geh raus, ja. Ja. Wie kommt der denn hier raus? Gar nicht, Digga. Was? Kommt der nicht raus? Nee, kommt der nicht raus, ne. Digga, ich komm doch immer noch nicht hoch. Dieses Quatsch... Ach so, warte, egal. Quatsch sag ich schon. Go-Cuts. Ich bin der einzige, der noch hier hinten ist. Alter, ist das traurig. Ich geh jetzt zurück in den Raider beschrieben. Ich geh jetzt zurück in die andere Demi. Erledigt. Ich bin schon tot. Komm mal nicht hoch, Digga. Wie dumm ist das? Ich hab doch gesagt, warte doch kurz, Junge. Ich hatte erledigt. Ich bin tot. Ende. Digga, heute ist so ein schlechter... Alter, ohne Witz, ne. Ja, die Drecksfamilie, jetzt einfach. Ich komm doch nicht hoch, Digga. Ich hab keinen Bock mehr. Ich komm doch nicht hoch, Digga, ich hab keinen Bock mehr. Jo, danke. Hotti, wie viele sind denn da drin? Hotti, wie viele sind da drin? Wie kommt er jetzt wieder hier raus? Schreibt muss in eine andere Demi wieder. Keine Ahnung. Ich wurde vor der Brücke abgeschossen. Es wesentlich, er wurde vor der Brücke erschossen. Ja, weil Hotti alleine reingeht, weil ich sag ja, er soll kurz warten. Weil er dumm ist, Alter. Er wurde vor der Brücke auf jeden Fall erschossen. Ja, und Hotti wurde gerade vor der Brücke, bevor er überhaupt rüberfahren konnte, umgebracht. Ja, weil Hotti dumm ist, weil er nicht warten kann. Ähm, ich hab, glaub ich, Leute. Ähm, Leute. Ich hab, glaub ich, gewonnen. Obwohl ich nicht mal gefahren bin. Digga, scheiße. Ich hab geschummelt. Ich hab geschummelt. Leute. Der bei den Tracks gerade vorbeigefahren ist. Ich hab geschummelt langsam mal rum. Ich stand auch an dieser Rampe die ganze Zeit und bin nur rumgefahren, weil ich... Fahr mal kurz zurück, Digga. Fahr mal kurz zurück, der hier gerade vorbeigefahren ist in der Stadt. Und weißt du, was der Engel zu mir meinte? Felix Erster. Was? Ich hab... Äh, Tracks war das. Oh, Alter, lauf ich halt dahin. War nicht mal in dem scheiß Kreis drin, wo der erschossen wurde hin. Hotti, du kannst erst in dem Kreis erschossen werden. Nein, er wurde davor erschossen. Ich stand nie. Warte, ich geb ihn mir. Nee. Nee. Du kannst davor nicht erschossen werden. Du kannst davor nicht erschossen werden. Doch, kann ich. Ja, dann musst du's durchschicken, weil das ist nämlich dann nicht regelkonform. Aber du hast dich gemacht, bist du selbst schuld, bin ich nicht ganz ehrlich. Aber wenn du dich drauf hörst, wenn ich sage, du sollst kurz warten, Digga. Wo seid ihr denn? Andro. Und...